Diese hier angebotene Einzimmerwohnung ist ab November 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf. Das Objekt verfügt über einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 32 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 520 Euro. Wir freuen uns Sie näher zu informieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017